auch das ist nicht in dem Leben und jetzt zum Haus O-Haus Schöne aus dem Haus alle laufen da hin wie die Geier wie die Irren auf der Suche nach der Feuerwerkst ja die wird jetzt in seinem kleinen Haus und wo liegen wer weiß wer weiß und zum Stall hab ich auch schon Medi-Pack gefunden ja also ich will jetzt auch nicht mehr Doppel W drücken das hat was mit Steigung auch manchmal zu tun ja achso das auch ja erster alles hier drin ist meins boah ist das schon grau ey noch keine 10 Minuten Spiel scheiße aber ich hab doch so einen Gas-Korrer echt hat irgendeiner schon einen Gas-Korrer? ja das ist super kann ich kombinieren ja aber bringt glaube ich noch nicht so viel ich glaube das ist tatsächlich noch nicht im Spiel dafür brauche ich Kopf oder so oh meiner hat schon wieder Hunger ich hab Hunger was das eigentlich für ein super sinnvoller Zaun hier ja geil der hört ja einfach mal auf ich hab äh Sardinen oder so gefunden ja so ist ganz gut kannst du Phrasen wenn du Hunger hast ich hab kein Messer aufmachen ich hab kein Messer ich aber wie mach ich das dann? tausche Sardinen gegen Thunfisch sagen wir es mal so die kannst du so aufmachen guck mal hier wo ist denn Mut? wo ist denn Mut? ey lauter Hämchen der kommt da oben ich bin hier ich schmeiß den mal Thunfisch da hin ja ich hab Sardinen auch hinweg geschmissen da unten gibt es doch wieder einen See ne? achso dann brauche ich so ihn nicht trinken sehen sie das? so wo ist jetzt das Futter? äh spawnt nachhoff ich doch mal er dauert manchmal ein bisschen ach da das sind meine so das heißt deine Thunfischdose liegt hier schwebt so ein bisschen über dem Boden ach da ich sehe ne? wir vergnügen uns hier ihr vergnügt euch im See mhm so wer hat jetzt nen Gaskocher? ich hab nämlich noch ne große ne kleine Gaskartusche ich? kannst du mir geben nimm mich mal mit wer ist denn ich? ich 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 aufmachen hier habt ihr so viel Platz dass ihr schon Gaskartuschen mitnehmt? noch ja so ich steh mal hier auf der Mauer ok mittlere große so jetzt bin ich satt sehr gut äh ja dann würde ich sagen mal ab auf der Straße und weiter ne? ich trinke nochmal nen Schluck ernsthaft? mach das der fällt nen Meter von ner Mauer und schreit und kriegt Schaden ja wahrscheinlich hast du jetzt die Beine gebrochen nein soll nicht kann auch geht alles hm machst du da hin oder was machst du da? ne nein das täuscht ok wo seid ihr denn? hinter der Mauer auf der anderen Seite der Mauer macht die meiner weg? die Mauer muss weg wir sind das Falk so ich steh mal wieder auf der Straße ey ich kann schwimmen ich kann schwimmen ja äh Leute kurze Zigaretten Drehpause zwei Sekunden mitten auf der Straße auf der Straße dann mach ich mit das schwimmt einer gechillt durch den See da 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 willst du was gegen meine tägliche Schwimmübungen sagen? ja ich hab irgendwie so die dumme Bevölkerung dass es uns gleich irgendein Scharfschutz irgendwie umlütet ist auch so geil wie Theo da an den Himmel starrt seht ihr das? wer steht denn da jetzt schon und gibt auf? das ist Mario und Theo starrt an den Himmel das sieht super hell aus nein irgendwie hab ich so das Gefühl wir sind ganz viel behindert da ich hab mein Motorradhelm auf dem Kugeln Himmel oh god und die beiden Hampels hier vor mir alter Behindertenausflug ja schön so Theo ich bin fertig und du? ich finde ich auch noch raus welche Gestie jetzt für den Mittelfinger war das weiß ich gerade nicht mehr ich will meine F-Taste jetzt nicht durchdrücken was denn da oben? jetzt stehen da zwei und klatschen die Scheiße stell dich bitte noch daneben Flo einfach nur für die Kamera warte ja 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 schick der Boogie ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr Theo bist du durch also 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 na ja wuuu okay reicht ja jetzt ist doch genug so äh weiter gehts Freunde ja hilf muss lachen oder musst du jetzt beobachtet uns gerade eh ein Russe hey what the fuck what the fuck ne bestimmt Deutsche oder auf Russisch what the fuck what the fuck what the fuck they do ja Stadt Dorf Gedöns Häuser ja richtig so falls sich jemand fragt warum ich gerade so behindert laufe das liegt daran dass ich gerade zu gestern habe um meinen Aschenbecher zu holen also ich dachte du bist einfach nur behindert nein nein ich habe sagt der 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 den Himmelsstaat und Motorradhelm auf hat Alter jetzt geht dir Motorradhelm mit um Scheiße hier ist nur die Tür offen wieder jeder einhaus und dann durchlooten oder was hier ist auch die Tür offen oh ne Banane lecker normale ne schon rottig die lass ich mal hier ja ich würde mal denken hier finden wir jetzt nicht ganz so viel Fabrikhalle Frame down aber wir sehen ganz schön wenig Zombies kann das sein? ja also Zombies sind sehr launisch da kommen manchmal ganz viele und manchmal irgendwie nicht je nachdem ob schon jemand hier war oder nicht ja unter anderem seid ihr jetzt alle zu der Halle gespackt ja ich sehe euch da hinten noch oh Gott ne Halle lasst uns alle hinlaufen Mutti meins ich hab einen Helm einen wunderschönen roten Helm was macht sie da? hallo? da ist kein Zaun du brauchst nicht so tun als ob du rübersteigst äh du wie oder Krischi oder ja ja nimm mich wie du willst äh nein also nicht ganz wie du willst also nicht ganz wie du willst zucker maus was du wolle hin du weißt schon dass du sämtliche deiner Zuhörer verlierst wenn sie meine Stimme hören oder? weiss ich nicht wieso kann sein oh halt da ja nicht hier meinst du die ist so schlimm die fremdlich runterspringen sind wir jetzt eigentlich schon in dem Ort? das sieht hier gerade schon ein bisschen größer aus als das andere ne? bingo das ist ein Sardiner ja was ist Flo? hey ich werd fast runter gesprungen danke ich hab einen Dosenöffner gefunden cool ey wer hat mich denn jetzt hier in die Tür eingeklemmt? alter Gierhals das war Flo Flo ist Sardinen der kann jetzt nicht ja wir sollten aber trotzdem mal gucken dass wir ein bisschen zusammen bleiben also klar dass wir nicht alle in ein Haus rennen können aber ihr wisst wie schnell man sich hier verlieren kann ich weiß auch wie schnell man irgendwo runterkriegen oh ich hab einen Respirator gefunden und Wrench was für ein Ding? Wrench Wrench ist ein Schraubenzieher glaub ich ne? ja ne Wrench Wrench ist eine Zange Schraubenschüssel was war das andere was du gefunden hast? ein Respirator was ist das denn? kann ich auch gar nichts mit anfangen powder milk und water bottle die water bottle ist super zwei water bottles hab ich gefunden und ein cooking pot kannst du einen von uns eine der Wasserflaschen geben? hast du einen Kochtopf gefunden? ja dann können wir Reis kochen ich weiß nicht ob das schon geht ja sagen wir wir können Reis kochen ich weiß nicht ob das schon geht ich glaube das ist noch nicht im Spiel mit drin können wir mal ausprobieren äh oh und eine Schaufel oh Freunde wo seid ihr eigentlich alle? hallo da ist schon mal Nummer eins der Mann mit dem Helm mit dem roten Helm bitteschön ja ja genau hier ist ne Zange Handschuhe Schraubenzieher auf den Scheiß den kein Mensch braucht hier ist ein Brunnen da könnt ihr eure Wasserflaschen aussuppeln Hä hä was was war das denn? das war ein Server lag oder? ja fuck wenn ich mal ne Sardinen essen wollte Server sagt nein der Server ist abgekackt ja du kannst keine Tür mehr öffnen ja Server ist down ja? ja wenn ich keine Tür mehr öffnen können ja ja genau ich bin hier im Haus gefangen gerade hör auf vielleicht ruckelt er sich gleich ein ah jetzt geht er ja jetzt wurde ich wieder zurück gesetzt what the fuck boom soo war ich jetzt hier schon drin oder war ich jetzt hier noch nicht drin jetzt hab ich ein bisschen oh ich hab ne Rohrzange gefunden ja die hab ich auch schon gesehen ja hier gehts noch nicht auf ok aaaaaa war auf jeden Fall schon irgendwer drin Scheißkram da läuft der Theo ich hab ihn genau gesehen wisst ihr eigentlich dass wenn uns jetzt ein gegnerischer Spieler entgegen kommt dass wir den überhaupt nicht unterscheiden können? doch glaub schon also wenn so hoch hochequipter Russe hier vorbeiläuft dann schon achso Gammelobst und was ist knüppeln wir den einfach nieder oder? falls uns einer entgegen kommt? kommt immer drauf an wie er reagiert ja ich hab so ein komisches Kettensymbol bei mir was bedeutet das? das bedeutet dass der Server gerade nicht so ganz stabil ist habt ihr das auch? ne ok also ich zumindest nicht ich find hier jede Menge T-Shirts Tjoa das ist gut für dich dafür find ich nichts anderes ich hab ein Messer gefunden aber das nehm ich nicht mit das ist mir egal ich hab Schuhe ja Athletic Schuhe ich bin hier voll also medizintechnisch schon ganz gut ausgestattet ich hab Kohle Tabletten ich hab Vitamine und ich hab Antibiotika krieg's denn alles her find ich hier so gerade nebenbei ok das einzige was ich gefunden hab war ne dusselige Sonnenbrille nicht so cool hab ich schon eine ja schade Rocket Aviators? ja die hab ich grad gefunden was sind das? Sonnenbrille jetzt hab ich auch jetzt hab ich auch nen Helm und ne Sonnenbrille auf Pock wow jetzt hab ich mich umzurennen bitte hier noch? heißt das Zauberwort? vielleicht? oh ne frische Banane die pfeif ich mir doch gleich mal rein ich hab nen Buch nö was lesen nö danke so wenn wir jetzt wenn wir jetzt im Polana sind dann könnten wir ja mal äh hochlaufen die Straße oder ich kann jetzt gerade nicht mehr den Straßennamen lesen aber ich glaub nicht dass wir schon in Polana sind äh ne stunden nach Polana wollten wir wir sollten jetzt in Dolina sein Dolina sind wir ja wollen wir uns mal irgendwie alle wieder treffen? ja besser ist ich sehe nämlich keinen von euch ach da ist einer wir sollten jetzt hier auch einigermaßen durchgerusht sein oder? also ich hab kein offenes Haus gesehen hier oben auf dem Bergen sind noch welche ja aber er rennt jetzt nicht mehr ganz zu fern von uns Theo willst du deinen Helm gegen die Mütze tauschen? bringt mir das was? ähm sieht vielleicht nicht ganz so dusselig aus also ich hab mal gehört in nem anderen Stream da ist gerade jemand reingegangen oder? in nem anderen Stream den ich nebenbei noch gucke dass man angeblich zumindest durch Helme nicht so gut atmen können, sollen, tun hätten wie bei äh Dingen die man nicht vorm Mund hat was ja irgendwie auch logisch ist ne ich hab den Respirator auch noch vorm Mund ja das auch noch also weiß ich nicht ob das stimmt und wie weit das Spiel schon ist wo seid ihr denn jetzt alle bitte? ähm ähm jo meine Gear hat mich schon in den nächsten Ort geschleppt hier wo bist du denn? ich hör definitiv da da sind die anderen beiden und wo ist ich komme ich weiß wo er ist äh ja da da hab ich gewusst hm was wo? wo seid ihr? alter Gear-Schlund mit Maske mit verpackter Maske ich glaub ich glaub der Kopf guckt durch ne doch nicht wo seid ihr denn jetzt hin? die Straße einfach hoch in den nächsten Ort oder was ja Trinkpause ja genau Trink muss immer sein mach das mal und Apel muss ich mir erstmal rein kloppen also